Das neue Celle Francais, das neue Cheval, das französische Wunderspringpferd ist ins Spiel gekommen in Star Stable und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Pferdekauf, zu meinem Pferdevorstellungsvideo des neuen Pferds, das in Star Stable frisch erschienen ist. Hier seht ihr mein Pferd, das ich schon auf Level 7 gelevelt habe, nachdem ich es heute gekauft habe, da ich euch damit am besten die ganzen neuen speziellen Animationen zeigen kann, die es ja eben erst ab Level 7 gibt. Und was kann eigentlich dieses Pferd, wo bekommt ihr es und was passt eigentlich so besonders gut darauf, das zeige ich euch jetzt. Das Cheval de Celle Francais ist das erste Pferd, das es nicht mehr wie gewohnt in Fort Pinter für eine Woche zu kaufen gibt, sondern es ist ja umgezogen, denn dieser Spot ist nun in Moorland, so dass die Leute schon direkt ab den ersten Leveln sich die neuen Pferde organisieren können. Und deswegen findet ihr das Cheval in dieser Fuchs-Optik mit der blonden Mähne, nämlich hier direkt. Und ihr seht es auch, selbst in seiner Idle-Animation, während es hier steht, ist es richtig wild und nicht zu bändigen. Doch der Spot, den es vorerst sein Zuhause nennen kann, ist das Silverglade Landgut, nämlich hier in der Nähe der Baroness. Und zwar hier oben, wo auch jetzt dieser neue Marker natürlich ist, wie es immer ist bei neuen Pferden. Dort könnt ihr das neue Cheval de Celle Francais kaufen, denn es ist ja ein Remake und kein wirklich neues Pferd. Hier habt ihr die unterschiedlichen Sorten und seht ihr auch mal, dass dieses neue Overlay jetzt die Pferde mit einem gewissen ja ausgefüllten Hintergrund hat. Hier seht ihr die wunderschönen Farben, die bräunlichen Töne am Anfang. Dann habt ihr diesen Fliegenschimmel, dann einen sehr schönen schwarzen, mit einem schwarzen Fuß dazu. Dann habt ihr hier noch so diesen bräunlichen Gescheckten. Dann habt ihr nochmal hier dann den Bugskin. Ne, Moment, das ist der, oh mein Gott, ich habe es vergessen, den Schnuti, genau wie ich ihn immer genannt habe, den Shooter Bay. Und dann habt ihr hier noch diesen Grauen, den ich auch sehr, sehr schön finde. Es hat ein paar richtig coole Mähnen. Ich finde da aber gerade bei meiner Variante sehr, sehr gut, dass man ihm diese Stirn so ein bisschen freilässt. Da es da doch eine sehr schöne Markingsache ja auch bei mir auf der Stirn hat. Gefällt mir da persönlich sehr, sehr gut. Ihr kriegt sie für 900 Star Coins, was eher ungewöhnlich ist, da sie ja zwei besondere Animationen haben und die gucken wir uns nämlich jetzt auch noch einmal gleich im Detail an. Die beiden besonderen Animationen, die nämlich der Cell Francais nämlich besonders kann, haben wir einmal nämlich die La Corvette, also dieses besonders hohe Steigen, wo der Reiter hier schon fast runterfällt. Übrigens, kleine Info, genau bei dieser Animation sehen wir auch noch mal gerade, dass die Mimik sich beim Charakter verändert, denn da ist es auch wie beim Ardenner nämlich so, dass unser Charakter hier schon Mimik zeigt, eben von einem eher entsetzten bis hin zu einem Happy Emote ist alles dabei, bei dem ich dieser besonderen Animation. Gerade wenn wir nämlich hochgehen, ist unser Charakter sichtlich angespannt, wie ihr das hier auch schon sehen könnt. Aber das ist nicht diese eine besondere Animation, sondern die zweite ist auch dieses kleine Springen, dieses Nutzen der Cavalettis, aus dem wir jetzt übrigens auch direkt beschleunigen können. Wir müssen damit nicht verlangsamen, sondern können auch einfach beschleunigen und sind dabei auch schon direkt aus dieser Animation einfach einmal raus. Und hier sehen wir das auch noch mal, dass es eben gerade auch, wenn wir das ohne besondere Sachen machen, sieht das alles ein wenig komisch aus. Aber warum hat das Pferd eigentlich diese besondere Animation? Nun, wir können dafür an diesen Ort gehen, denn für diesen Ort hier ist eigentlich diese besondere Animation gemacht, denn wir haben hier am Rand die Möglichkeit mit der Belegung A, dass unser Pferd hier diese kurzen Sprünge, nämlich diese kleinen niedrigen Sprünge, die sogenannten Cavalettis, genau dadurch nutzen kann. Dafür ist eigentlich diese besondere Animation drin. Ihr seht hier selber, dass sie keine Hitbox haben. Also es ist ein bisschen schwer, genau da das Timing zu treffen. Ist auch bisher die erste Belegung, die eben Cavalettis ermöglicht. Aber wenn man das so ein bisschen hin und er übt, seht ihr selber, kann man es eigentlich ganz gut schaffen, sodass man dann auch irgendwann das Ganze vom Timing her so hinbekommt, dass es dann auch eigentlich ziemlich gut ausschaut. Wenn man das so macht, seht ihr so und hepp, schon haben wir das so angepasst, dass es eigentlich ziemlich gut aussieht. Aber kommen wir noch so ein bisschen zu Ausrüstungsgegenständen. Das, was meines Pferd hier trägt, natürlich die passenden Brotsachen dazu, die ihr bei Jamie Olivenbaum bekommt, ist das neue Set, was heute ins Spiel kommt. Ist recht teuer, kostet alles zusammen ungefähr 65.000 Schillinge oder eben auch ungefähr 1.800 Star Coins. Ist aber meines Erachtens ein sehr, sehr schönes Set, was gerade dem Shooty Bay, also dem eigentlich besonders gut steht. Kommen wir aber zu den Animationen. Hier seht ihr so ein bisschen das, was unseren Cell Francais auch so ausmacht. Und auch die Animationen, die derzeit sehr so ein bisschen in der Kritik stehen, gerade wenn man so ein bisschen sich den Trab anschaut, ist es bei dem ja doch ein wenig so, dass es doch nicht so gut angekommen ist. Gerade der Trab steht in der Kritik, aber nicht nur der Trab, sondern auch gerade der schnelle Galopp wird bei dem Cheval des Cell Francais sehr stark kritisiert. Und ich muss sagen, zu Recht, er sieht ein bisschen hakelig, ein bisschen steif aus. Und teilweise wirkt es gerade auch bei meinem Pferd so, als würde das Bein beim Zurückschnellen so ein wenig ins Gesäß hineinrasen. Also gerade wenn man das Ganze dann mal so ein bisschen im richtigen Moment anhält, sieht es teilweise so aus, als würde der, ja, hier sieht man es jetzt nicht so genau, als würde das Bein komplett teilweise im Hintern verschwinden. Sieht man jetzt leider nicht so genau, weil ich jetzt gerade den falschen Moment immer so ein bisschen abpasse. Aber so sieht das teilweise doch so aus, als würde dieser Knick hier doch in der Gesäßbacke verschwinden. Außerdem hat er einen sehr starken Kreiselpopo. Sieht man darauf, wenn man sich versucht so ein bisschen darauf zu konzentrieren, hat er doch eine sehr hypnotische und sehr kreisende Bewegung mit seinem Gesäß. An sich kann ich als Fazit sagen, dass der Cheval des Cell Francais gerade auch mit den Animationen her, die ich teilweise doch sehr schön finde, aber besonders von der Optik und auch von dieser Stirnmarkierung, die mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist es, finde ich, ein sehr, sehr schönes Pferd. Aber ich finde, dass es durch die Optik deutlich stärker überzeugt, als durch die Animationen und hoffe, dass da noch so ein kleines bisschen nachbearbeitet wird so an den Animationen. Und dann könnte ich auch komplett so eine Kaufempfehlung geben. Bisher finde ich, dass es für die 900 zwar ein okay Preis ist, aber ich finde auch, dass so ein kleines bisschen doch noch irgendwie nachgebessert werden sollte. Ich bin gespannt, wie gefällt euch so das neue Pferd? Wie gefällt euch das Cheval des Cell Francais? Ist es für euch ein absoluter Pflichtkauf oder vielleicht doch noch ein wenig Nachbesserungsbedürftig? Schreibt es mir gerne in die Comments. und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!